Der Mann aus Lintown hat sich wieder fangen können, er hat es geknallt, er schätze ich mal, der Eingang starten Ziel ist das, Ebrahim im Kampf mit der 5, die etwas ungestümter durchgeht, das ist glaube ich der kleine Brandl wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Mann aus Lintown 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 We're going to have time for hesitation. Tony Stewart hat down the wall. You see it comes right in the land, shoots it does. It's almost like that wind. He's got up to lift the car up. Lands on Kevin Harvitt's move. See how we're excited about there involved. Now he's trying to jam the brakes on the keep them hitting the 39 as he's pirouetting up the track. He's able to miss it. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020